Wir sind hier mit dem Benjamin Eichler, er ist auf der ersten Hansel Challenge in die Top 8 gekommen. Wie bist du gegangen? 4-1. 5-1 bestimmt bei 6. Also 2-1. Was hast du für ein Deck gespielt? Ich habe Feierkling gespielt. Na dann zeig uns doch mal deine Deckliste. 1-Garbonix. 3-Wulf-Bads. 3-Vabrums. 3-Yaksh-Ups. 2-Bär. Und jeweils 2-Hände. Das waren die Monster. Dann Spells, 3-Circle. 3 Onslaught, 3 Tanki, 2 Supply Squads, 2 Pods, 2 Lanzen und 1 Recan. 3 Traps, 2 Brakes Roll, 1 Seelen Line, 1 TT, 1 Trap Tricks, Trap Hole, Bottomless, Prison und Skill Drain. 2 Flying Seed, 1 FTS, 1 Lancer, 2 MSTs, 2 D3, 2 Shadow Mirror, 2 Iron Wall, 2 Lichtspiegel und 1 Fireman. 1 Rhapsody, 1 Cowboy, 1 Dweller, 1 Emerald, Exiton, Double Direwolf, Double Castle, 1 Heartland Draco, 1 Heart, Double Tiger King, 1 Kabo Tsushi und 1 Duck Hole. Gibt es etwas, was du an deinem Deck ändern würdest oder würdest du es genau so im nächsten Turnier wieder spielen? Ich würde es glaube ich so wieder spielen. Gibt es da noch wen, den du grüßen möchtest? Ja, ich grüße die ganzen Rostocker, grüße unseren Spielerladen, die fantastischen Welten und Sven und die ganze Judge Community, die mich noch kennen. Dann danken wir dir für dein Profil und wünschen dir noch viel Erfolg in den Top 8. Danke. 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 Danke.